So, jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach über einem Monat habe ich es mal wieder geschafft, mich an den Computer zu setzen und ein Video aufzunehmen. Tut mir auf jeden Fall leid, dass es so lange gedauert hat. Ich habe einen neuen PC bekommen und dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, bis ich alles eingerichtet hatte. Ich musste mein Mikrofon, mein neues einrichten. Ich musste alle Programme runterladen. Ich bin nebenbei arbeiten und habe es da einfach nicht geschafft, das alles fertig zu machen. Naja, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich jetzt kurz vor den 2000 Abonnenten stehe und dachte mir, dass ich als kleines Video dazu euch mal informiere oder in Form eines Videos darüber informiere, was zu den 2000 Abonnenten eigentlich geplant ist. Und zwar habe ich mir da folgendes überlegt. Ich wollte einfach ein Tutorial machen, wie man im LS19 Lichter, in meinem Fall werde ich es anhand eines Blaulichts zeigen, wie man diese Lichter erstellt. Ähm, ja die Gliederung wird sein, dass es damit losgeht, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Dann werde ich euch zeigen, welche Programme ihr dafür braucht und wie ihr mit diesen Programmen soweit alles fertig macht, dass dieses Blaulicht im LS am Ende auch laufen wird. Und als kleinen Zusatz wollte ich euch ein Modell rausgeben, anhand dessen ihr versuchen könnt, das Blaulicht zu erstellen. Ähm, ja des Weiteren habe ich mir überlegt, dass ich zu den 2000 Abonnenten auch einen Modding Contest machen möchte. Im LS19, da werde ich euch ein Modell rausgeben und äh, der Gewinner, sprich die Person, die das Modell, diesen Mod am besten geingamed hat, äh, wird den einen kleinen Preis bekommen. Und genau, ähm, ja in dem Sinne würde ich sagen, soll es das eigentlich auch schon von diesem Video gewesen sein. Es ist schön, dass ich das jetzt mal wieder schaffe, ein Video aufzunehmen, ist ein gutes Gefühl. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Videos, ihr könnt da auch gespannt sein, was für Projekte in nächster Zeit kommen werden. Naja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.